Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer weiteren Episode von iPad4Productivity und heute den wichtigsten News aus der Apple Keynote am 6. Juni 2022. Ja, das Wichtigste vielleicht vorab für diejenigen von Ihnen, die ein iPad mit einem M1 Prozessor haben, also das der fünften Generation, für diejenigen habe ich eine sehr gute Nachricht. Und zwar für diejenigen wird ab iOS 16 eine komplette Unterstützung von externen Displays da sein. Da können Sie dann auf einem externen Display auch andere Inhalte darstellen, als die, die Sie auf Ihrem Haupt-iPad drauf haben. Und da können Sie bis zu acht Applikationen auf diesen zwei Bildschirmen verteilen. Sie können die Größe ändern und so weiter. Die schlechte Nachricht geht nur bei M1-iPads, bei denen, die auch die Pros, die vorher waren, geht es leider nicht. Ich würde persönlich allerdings mir jetzt kein aktuelles iPad holen, sondern im Herbst gibt es ein neues. Das heißt, hier würde ich auf alle Fälle warten, bis in den Herbst, wo es dann neue iPad Pros geben wird. Ich gehe mal davon aus, dass die dann auch mit dem M2-Prozessor kommen werden, nachdem ja der M2-Prozessor jetzt für das R und für das 13er MacBook Pro vorgestellt wurde. Ja, nachdem, das war das für Schnellhörer, für die wichtigsten Informationen, gerne aber auch jetzt nochmal die weiteren Dinge. Ja, wir fangen mal an mit iOS 16. Hier ist die Änderung Nummer 1, der Sperrbildschirm. Es ist so, dass der Sperrbildschirm deutlich stärker personalisiert werden kann, kann durch Tippen und Halten personalisiert werden. Es können verschiedene Filter dort durch einfach links und rechts zwischen gewählt werden und man kann auf Elemente des Sperrbildschirms tippen, um sie zu bearbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Widgets auch auf den Sperrbildschirm zu setzen und es gibt ein neues Widget-Kit für Entwickler. Das heißt, auch Anbieter von Dritt-Apps können darauf zugreifen. Ja, es sind auch mehrere Sperrbildschirme gestaltbar. Ist so ein bisschen wie bei den Apple Watch Faces, also auch inklusive der Möglichkeit, so wie Sie es von der Apple Watch kennen, dass Sie automatisch wechselnde Fotos sich anzeigen lassen können auf Ihrem Homestream. Ja, Mitteilungen kommen jetzt von unten in den Sperrbildschirm, dann mit 16, was ich gut finde, weil die sind oft im Weg oben. Das ist wirklich gut nachgedacht. Und diese Live-Activities, das heißt, es gibt kleine eben News-Fenster, die man eben auch auf den Sperrbildschirm setzen kann. Hier hatte Apple das Beispiel von Spielständen bei Sportspielen dort gebracht, aber es wird eben auch eine Live-Activities-API, also Schnittstelle für Dritte Entwickler geben. Ja, dann die Fokus-Funktion, mit der man ja beispielsweise einstellen kann, wie soll sich ein Gerät während der Arbeitszeit beim Kundentermin in der Freizeit verhalten. Das wird erweitert, und zwar zum einen gibt es die Möglichkeit, dass man den Sperrbildschirm mit entsprechenden Foki verknüpfen kann. Es gibt auch die Möglichkeit eines Fokus-Filters. Das heißt, hier kann man sogar nicht nur jetzt sagen, die App soll verfügbar sein oder nicht, sondern man kann auch sagen, welche Tabs beispielsweise im Safari sollen eben zu bestimmten Foki erreichbar sein oder nicht. Das ist durchaus wirklich gut, wenn man sagt, wenn ich zu einem Kunden gehe, dann sollen bestimmte Webseiten eben auf einmal aufgemacht werden. Das finde ich eine super, super Erweiterung. Ja, bei Messages, also dem WhatsApp in der Apple-Welt nenne ich das immer, oder eben dem Nachfolger der SMS, gibt es die Möglichkeit, dass man dann gesendete Nachrichten bearbeiten kann. Man kann sie löschen und man kann sie auch als ungelesen, kann man auch eingegangene Messages markieren. Ja, dann das Thema Teilen wird erweitert. Es gibt also eine neue Teilen-API für Entwickler. Es ist ja diese Woche die WWDC, die World Wide Developer Konferenz. Das heißt, jetzt wird in der laufenden Woche da sehr intensiv eben kommuniziert. Und das heißt, da wird es sicherlich dann nochmal auch im Laufe der nächsten Wochen von mir Updates geben. Ja, SharePlay ist auch innerhalb von FaceTime aufrufbar, so dass ihr jetzt einfach sagen könnt, in FaceTime jetzt möchte ich was teilen. Ja, dann das Ganze in Messages eben auch integriertes Teilen dafür, dass es nochmal besser wird. Dann wird die Diktierfunktion besser. Es wird ein leichteres Wechseln zwischen Diktieren und Tippen geben, vor allen Dingen dadurch, dass die Tastatur beim Diktieren immer drauf bleibt, immer aktiv bleibt. Die ist ja sonst mal weg. Und somit kann man schnell wechseln. Und wenn Sie einen markierten Text haben, den können Sie durch Diktieren beispielsweise einfach schnell ersetzen. Und was Neues dazu kommt, Sie können Smileys diktieren, also die Emojis, und Sie haben eine automatische Interproktion mit drin. Bisher müssen Sie Satzzeichen immer mitdiktieren. Ja, dann soll mit einer Intense-IPI auch das Thema Siri, also die Sprachsteuerung, noch besser in Apps integriert werden können. Dann Live-Text, eine tolle Funktion, die ich bereits für Fotos viel nutze, nämlich dass Sie etwas abfotografieren, übrigens auch in dem nativen E-Mail-Client von Apple integriert. Bei Live-Text ist es eben so, dass das jetzt auch für Videos funktioniert. Das heißt, Sie können einfach ein Standbild machen und dort die Texte auslesen. Daraus gibt es dann auch Quick-Actions, also dass Sie Sachen teilen, kopieren, umwandeln können. Und Sie können es eben auch für Übersetzung in der Translation-App beispielsweise nehmen, also eine Übersetzungs-App. Und die Live-Text-API ist auch für Dritt-Apps verfügbar. Ja, dann vielleicht kennen Sie meine App-Empfehlung ClipGrab. Das können Sie in Zukunft mit Apple-Bordmitteln selbst machen. Sie können über Visual Lookup, können Sie Elemente in der Foto-Applikation freistellen direkt. Dafür haben Sie bisher teure Dritt-Applikationen gebraucht. Oder Sie mussten es über Webseiten, Re-Me, Move, BG oder über eben separate Programme machen. Ja, dann der nächste Schritt, Wallet. Wallet, hier gibt es mehr und mehr In-App-ID-Verification, also dass man sich auch, wenn man in Applikationen sich verifizieren muss, dort nur begrenzt Informationen weitergegeben werden an denjenigen, so wie man ja auch bei der Anmeldung von Apple sagen kann, sollen Informationen weitergegeben werden oder nicht. Also Privacy, Datenschutz, Datensicherheit wird hier groß geschrieben. Ja, dann sollen mehr Schlüssel, die man auch eben für Hotels, für Autos, für Keycards, es sollen also mehr Schlüssel noch unterstützt werden, die man dann auch mit Mail, mit Messages oder auch mit WhatsApp teilen kann. In Zukunft übrigens auch Apple-übergreifend. Beim Apple Pay auch eine Revolution. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich mal für Easy Cash gearbeitet habe, Electronic Cash, Terminal Provider und Netzdienstleister. Hier wird es mit Tap-to-Pay schwer für Terminal Provider, denn Sie können direkt auf dem iPhone in Zukunft auch Zahlungen entgegennehmen. Das heißt, man braucht keine Electronic Cash Terminals dort mehr, beziehungsweise keine Kreditkartenterminals mehr, sondern das geht direkt, können Sie jedes iPhone nutzen als Terminal. Und dann gibt es Apple Pay Later, nämlich damit können Sie mit vier Raten zinslos zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass das erstmal nur in den Vereinigten Staaten verfügbar sein wird. Und dann eine weitere Schnittstelle, Order Tracking, startend mit Shopify. Das heißt, hier können Sie in Wallet eben dann auch sehen, wann Ihre Bestellungen angeliefert werden. Ja, dann Karten, kommt in elf neue Länder inklusive der Schweiz bis zum Ende des Jahres mit den neuen Funktionen, mehr Städte mit vielen Details, wie Las Vegas beispielsweise, allerdings auch hier erstmal nur in den USA. Dann kommt eine Multi-Stop-Routenplanung mit bis zu 15 Stops, auch übrigens am Mac planbar und auf das Phone übertragbar. War übrigens ein Motto, so ziemlich alle Funktionen, die auf einer Plattform, also auf iPhone vorgestellt wurden, sind dann auch praktisch für iPad, für Mac verfügbar. Also die Systeme wachsen hier immer mehr zusammen. Da merkt man doch, dass es mittlerweile die gleiche Hardware-Plattform ist und dass Sie es mittlerweile wirklich gut hinkriegen, dass man sagt, ich habe natürlich eben die App-spezifische Bedienung, die fingerspezifische Bedienung auf iPhone, auf iPad und Maus und Trackpad natürlich auf dem Mac. Aber es gibt eben immer mehr Dinge, die auch vor allen Dingen dann in der gemeinsamen Zusammenarbeit gut funktionieren zwischen den Geräten. Ja, Transit, dass Sie in den Karten auch sehen können, wo Sie ein- und aussteigen müssen, zu welcher Seite beispielsweise, gibt es ja schon länger, unter anderem in Berlin, wo ich lebe. Sie sehen da jetzt auch die Tarife drin. Sie können sich Tickets in e-Wallet abspeichern, kriegen auch dort eine Nachricht, wenn der Akku nachgeladen werden muss, ohne dass Sie die App wechseln müssen. Und für Dritt-Apps auch wieder hier bessere APIs. Also so, dass beispielsweise diese Lookaround-Funktion, dass man sagen kann, Mensch, jetzt möchte ich mal so auf die 360-Grad-Kamera-Ansicht gucken, an einem Standort. Das wird dann auch für beispielsweise Immobilien-Apps freigegeben. Für die ist es natürlich besonders sinnvoll. Ja, zum Thema Sport in USA. Großes Thema, mehr des Zuschauens als des Selbermachens. Hier ist es so, dass man Spielstände auch auf dem Blog-Stream sehen wird und in der Apple News. Mit MySports gibt es dann eben auch, dass man seine Favoriten-Teams und News sehen kann. Erstmal allerdings in USA, in Kanada, United Kingdom und Australien. Bei der Familienfreigabe wird es ein leichteres Einrichten für Kinder der Altersfreigaben geben. Also, dass man wirklich sagen kann, beim Eichnen, so wie alt ist jemand. Und auch ganz gut gelöst, wenn Kinder online nach mehr Bildschirmzeit fragen, dann kann man das direkt in iMessage freigeben, ohne dass man da in die Familienfreigabe-Apps eine Einstellung reingeben muss. Ja, dann eine sehr intelligente Erweiterung der Fotobibliothek von iCloud. Die kann man mit bis zu fünf Personen teilen. Und man kann eben so, die Idee ist, wenn man mit einer Familie im Urlaub ist und jeder hat so ein bisschen Fotos, dann kann man eben sagen, okay, ich habe hier bestimmte Fotos, die möchte ich in die Familienfreigabe, in den Familienordner praktisch draufpacken. Und das kann man sogar so einstellen, dass man beim Fotografieren sofort sagt, okay, soll es in die Familienfreigabe oder ins Normale. Und was auch intelligent ist, man kann sagen, wenn das iPhone bestimmte Personen erkennt, wie die Frau oder die Tochter oder den Sohn beispielsweise, dann kann man sagen, dann bitte immer automatisch in diese Freigabe mit reinpacken. Also sehr schön gelöst. Dann gibt es eine neue Möglichkeit, persönliche Sicherheit, Safety Check. Hier kann man schnell Freigaben entziehen. Die Idee ist, wenn man sich von jemandem trennt, dass man dann sehr schnell alle Freigaben sieht, sie entziehen kann, die Standortfreigabe entziehen kann, sich aus allen anderen Geräten auslocken kann, dass man beispielsweise auch einstellen kann, dass die Messages nur auf diesem Gerät gesehen werden können. Also wirklich ganz gut so, vor allen Dingen für eben Opfer von häuslicher Gewalt gedacht und eine sehr gute Funktion. Ja, dann Apple Home. Hier wird der Matter-Zustandstandard in Zukunft unterstützt. Das ist ein Standard für solche Home-Steuerungen, die auch der von vielen externen Lieferanten unterstützt wird, mit dem sehr hohen Sicherheitsstandard. Und die neue Home-App wird noch übersichtlicher. Es gibt neue Kategorien für so Sachen wie Licht, Klima, Sicherheit und so weiter. Es gibt eine schöne Multikamera-View, wo man bis zu vier Kameras gleichzeitig sieht. Und es gibt Widgets für den Sperrbildschirm. Dann wurde vorgestellt CarPlay. Hier ist es so, dass etwas, was so zum Ende 2023 kommen wird, also es dauert noch ein bisschen, wird es entsprechend dort nicht nur die Möglichkeit geben, dass Sie auf dem Bildschirm des Autoradios praktisch Apple CarPlay sehen, sondern die Idee ist, dass Sie dort auch die anderen Displays im Auto bespielen können. Also heute ist ja wirklich so alles per Display und dass man eben ein bisschen, dass man die Instrumententafeln individuell anpassen kann. Und das kommt zunächst mal für Land Rover, Mercedes, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Audi, Jaguar, Acura, Polestar, Infiniti, Renault, Honda und Volvo, wenn ich das richtig gesehen habe. Wobei ich bei Renault mir nicht sicher bin, ob das das Renault-Logo ist oder ob das ein anderes Logo ist. Ich gehe mal davon aus, es ist entsprechend Renault, könnte aber auch ein anderes Logo sein. Was mich verwundert hat, ist, dass BMW nicht dabei ist. Also mal gespannt, ob die noch nachziehen oder was die machen in dem Bereich. Und Tesla macht ohnehin da sein eigenes Ding, so wie ich das sehe im Moment. Ja, dann zu Apple Watch OS 9. Es wird vier neue Ziffernblätter geben, auch mehr Komplikationen. Neue Banner-Mitteilungen, die dann von oben reinlaufen, so wie man es vom iPhone bisher kennt. Die Podcast-App wird etwas weiterentwickelt, so dass man die Suchfunktionen mit hat, auch neue Podcasts auf der Apple Watch entdecken kann. Macht ja durchaus Sinn, wenn man dort auch eine Apple Watch hat mit einer SIM-Karte drin beispielsweise. Dann nervt mich das manchmal, dass ich dann doch immer noch das iPhone dafür rausholen muss. Ja, dann wird es leichteres Fototeilen durch bessere APIs geben. Und natürlich zum Thema Sport gibt es ja heute viele Dritt-Workout-Apps. Ich habe zum Beispiel eine Workout-App, eben eine Runkeeper, die mir meine Herzzone, die Frequenzzone anzeigt. Das wird die Workout-App in Zukunft selbst anbieten. Auch neue Laufmetriken, so wie die Schritthöhe, die Sie haben, Schrittlänge und solche Dinge. Es wird eine neue Workout-App fürs Intervalltraining geben, auch ganz schlau. Und Sie können dann gegen Ihre letzte oder Ihre beste Zeit rennen. Und was mich natürlich freut als Triathlet, alle Triabolus-Kollegen, die mithören, also oder hier Felix Weizhöfer von der Rot-Challenge, die ich ja dreimal mitgemacht habe, die Apple Watch erkennt jetzt auch den Wechsel. Mein Problem ist immer, dass ich mit 13,59 einfach so langsam bin, dass der Akku trotzdem nicht durchhält. Aber für diejenigen, die sub 10 unterwegs sind, für die ist das natürlich spannend. Ja, dann die Fitness-App kommt dann auch auf das iPhone, die mit mehr Funktionen, für die, die keine Apple Watch haben. Ja, dann die Schlaf-App wird eine Schlafphasen-Erkennung haben, wo man eben erkennt, ist man eine Tiefschlafphase, ist man jetzt in der RAM-Phase, also in welchem Bereich ist man hier entsprechend unterwegs. Ja, was haben wir als nächstes? In der Herz-App gibt es noch Möglichkeiten, dass man eben dort hier bestimmte Zeiten, wo man Herzunregelmäßigkeiten hat, mit erfasst werden kann. Also hier nochmal für Prävention und für die Auswertung für den Arzt nochmal mehr Möglichkeiten. Eine neue App, die vorgestellt worden ist, die Medikamente-App. Also hier wird es möglich sein, dass man seine Medikamente tracken kann, dass man Erinnerungen einstellen kann, auch gut in die Health-App integriert. Man kann das Etikett von Medikamenten abfotografieren und bekommt auch Hinweise, wenn man beispielsweise kein Alkohol trinken sollte, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, die das entsprechend dann unterminieren. Und was eben gehen wird, ist, dass man Gesundheitsdaten mit Familienmitgliedern erteilt werden können. Das wurde schon mal vorgestellt, ist aber jetzt nochmal explizit genannt worden. Ja, das war so der Part zum Thema Apple Watch 9. Mal gespannt, was die Apple Watch Hardware dort tun wird. Ich gehe mal davon aus, dass es da keine revolutionären Änderungen gibt. Wie immer gibt es da mal die unterschiedlichen Gerüchte in dem Bereich. Aber für mich im Moment noch nicht revolutionär. Aber ich muss sagen, meine Apple Watch ist ein ständiger Begleiter, den ich habe, obwohl ich sie immer noch nicht schön finde. Deswegen wissen ja einige von ihnen, trage ich auch zwei Uhren. Meine analoge Automatikuhr und meine Apple Watch. Ja, dann wurde Mac-Hardware vorgestellt. Zunächst einmal erwartungsgemäß der M2-Prozessor mit 25% mehr Transistoren als dem M1 mit 100 GB pro Sekunde interner Bandbreite. 50% plus ist das. 18% mehr Leistung als der M1 und 10 GPU-Kern, also Grafikkern, zwei mehr als der M1. Damit maximal 35% mehr Grafikleistung als der M1. Hier allerdings zum Prozessor bei M1 gibt es ja dann auch noch diese Max und Ultra und wie sie alle heißen. Also der M1 ist eher so der Basis-Prozessor, der dann auch jetzt natürlich auch erstmal reinkommt in das MacBook Air, was vorgestellt wurde und ins MacBook Pro 13 Zoll. Ich gehe mal davon aus, in einem der nächsten Steps wird dann natürlich der M2 Ultra Max und wie sie alle heißen, dort nochmal gezeigt, weil wenn man dort nochmal speziell für Medien mehr Kerne braucht, mehr Kopplung, dann geht er im Moment auf dem M1 in der gekoppelten Version noch mehr. Deswegen müssen Sie Ihre MacBook Pro noch nicht wegschmeißen. Ja, dann wurde MacBook Air vorgestellt, wunderschönes Gerät mit dem M2 natürlich, in vier Farben, so einem schönen, wirklich dunklen Anthrazit und dann eben dem Hellgrau, dem Silber und dann noch so einer Platin-Farbe. Das wird zwei Thunderbolt-Ports haben, ein Audio-Klinkenanschluss, MagSafe, also sehr schön, somit haben Sie wirklich zwei Thunderbolt-Ports zur Verfügung. Leider kein HDMI-Anschluss, aber dafür ist das Ding auch einfach sehr dünn, weil es nur 11 mm dick ist. Sie haben ein Liquid Retina-Display mit 13,6 Zoll Display, mit sehr schmalen Rändern, also somit ist das Ding sehr kompakt und wirklich klasse. Hat eine 1080p FaceTime-Kamera mit Doppel-Sauber-Auflösung wie davor. Drei Mikros, vier Lautsprecher, die zwischen Tastatur und Bildschirm sind, so wie man das früher auch kannte von den Geräten und für die Größe soll das wohl ganz gut klingen. Auch mit Spatial Audio 20% schneller als der M1 und wenn Sie noch den i5 MacBook Air haben, dann sind Sie fünfmal so schnell, weil natürlich nicht jeder schon auf den M1 gegangen ist. Also deswegen ist dieser Vergleich durchaus nicht nur Marketing, sondern auch Nutzergetrieben. Ja, bis zu 18 Stunden soll der Erku halten. Was auch ganz pfiffig ist, gibt eben ein kompaktes Netzteil mit zwei USB-C-Ports. Damit kann man dann auch gleichzeitig noch sein iPad beispielsweise aufladen. Ja, es hat auch Fast Charging, also schnelles Laden, wo Sie bis zu 50% der Ladung in 30 Minuten laden können. Hat eine Touch-ID, ist ohne Lüfter, somit sehr leise und wird es geben ab 1199 Dollar und ab 999 Dollar gibt es noch den MacBook Air M1. Ich gucke gerade mal parallel dazu, ob entsprechend schon die Preise auf der deutschen Seite sind. Dazu muss ich jetzt mal auf die deutsche Seite gehen. Meistens ist es so, ab 1499 Euro gibt es dann entsprechend das MacBook Air. Ja, das MacBook Pro 13 soll bekommt auch den M2. 40% leistensfähiger als der M1. Maximal 24 GB gemeinsamer Speicher. Da sieht man schon, ich habe in meinem MacBook Pro 16 soll 64 GB drin. Also mehr so für den Consumer-Bereich gedacht, aber macht ja auch Sinn, weil wenn Sie jetzt nicht so wie ich im extremen Business-Livestream unterwegs sind, brauchen Sie diese größere Leistung nicht. Ja, bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit ab 1299 Dollar und ich gucke gerade mal, was das in Euro ist. 1599 Dollar. Ja, soviel zum Thema Hardware. Mac Pro wurde keiner vorgestellt, der wird wahrscheinlich erst im Herbst kommen. Es wurde aber vorgestellt, das neue Mac-Betriebssystem OS Ventura. Hier wird es neu geben, das Thema Stage Manager. Stage Manager eine schöne Art, um Apps übersichtlich auf dem Bildschirm anzuordnen. Ich persönlich bin ja immer noch so, dass ich sage, wenn ich eine App nicht mehr brauche, schließe ich sie und wenn ich einen Tab nicht mehr brauche, schließe ich den, aber dazu gehöre ich, da gehöre ich irgendwie zu den Dinos. Die meisten Leute haben immer 125.000 Sachen gleichzeitig auf und dafür hilft dann dieser Stage Manager. Da werden dann die offenen Apps links angeordnet. Man hat so einen Stapel pro App, kann die auch kopieren und beim Klicken auf den Bildschirm verschwindet die Haupt-App. Finde ich schön gelöst und wird es übrigens dann auch genauso auf dem iPad geben, wobei dort nur auf den iPads mit dem entsprechenden M1-Prozessor. Das war ja mal so eine Diskussion, ob das nur geht, wenn man die externe Tastatur mit dran hat von Apple. So haben sie es nicht gemacht, sondern eben für M1-Ipads da. Ja, dann Spotlight-Suche durchsucht mehr Elemente, inklusive Fotos auch. Man kann Aktivitäten aus der Suche starten und kommt auch, also auch diese Dinge werden auch auf die anderen Geräte kommen und eine ganz schöne Erweiterung, wenn Sie unten auf dem iPhone einfach auf den Bildschirm tippen, dann kommt sofort die Suche. Bisher müssen Sie einfach ja irgendwo auf dem Bildschirm nach unten ziehen, also es geht noch mal ein bisschen einfacher. Ja, dann zur Mail gibt es ein paar schöne Updates. Sie können gesendete Mails zurückziehen, Sie können später senden, Sie haben die Nachverfolgung, Sie können E-Mails parken, Sie haben eine bessere Suche und es kommt auch auf iPadOS und iOS. Es bleibt abzumarten, ob das nur mit iCloud geht oder ob das auch mit Exchange geht, weil wir haben ja bei dem Thema Notizen zum Beispiel gesehen, dass dort die geilen Funktionalitäten nur mit iCloud funktionieren und iCloud ist leider nicht DSGVO-konform im Business-Umfeld nutzbar. Also von der Seite her bin ich noch mal gespannt, aber ich werde auch dann die ja jetzt schon auch bald verfügbaren Beta-Versionen testen für Sie und gebe Ihnen dann entsprechend auch Rückinformationen, ob das Ganze dann entsprechend gehen wird oder nicht. Ja, dann Safari nach Aussage von Apple, der schnellste Browser der Welt. Also auf dem iPad sollten Sie sowieso mit dem Safari arbeiten, weil da am besten wirklich integriert ist. Auf dem Mac arbeite ich aktuell immer noch mit dem Chrome, weil es doch das eine oder andere gibt, was den Chrome dort voraussetzt. Ja, es wird neu geben, das Teil von Tab-Gruppen, sehr schön, also inklusive in Messages, in FaceTime, dass man gemeinsam an Sachen arbeiten kann. Und dann eine sehr schöne neue Funktion, Passkeys, also dass man sagt, man kann mit Touch oder mit Face-ID praktisch, da hat man nicht mehr User und Passwort, sondern man hat eben biometrisch generierte und legitimierte eben Passkeys, die eben dann über den iPad-iCloud-Schlüsselbund gesynkt werden, die aber auch über die Zusammenarbeit mit der Fido-Allianz dann über weitere Geräte gehen wird. Da wird man dann eben über eine App auf dem iPhone, dann über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung solche Dinge nochmal freigeben können. Also auch für Dritt-Apps verfügbar. Nochmal wirklich eine gute Entwicklung im Hinblick auf Kennwörter. Ja, für diejenigen von Ihnen, die gerne gamen, Metal 3, Metal ist ja die Grafik-Engine für Spiele, wird zwei neue Dinge bekommen. Metal FX Upscaling, dass man eben schnellere Frame-Rates kriegt, dass man die Bilder nochmal besser rechnen kann und Fast Resource Loading, also dass man schneller Dinge laden kann. Also man muss weniger lang warten. Dann Community Continuity, die Idee ist ja, dass sie auf einem Gerät was haben und auf einem anderen Gerät weitermachen. Das funktioniert ja wunderbar mit Copy & Paste. Sie können eben einen Browser-Tab, den Sie aufhaben, woanders machen. Funktioniert übrigens auch wunderbar zwischen dem Chrome und zwischen dem Safari. Das finde ich super, weil auf dem iPad habe ich Chrome und ich kann den aber auch wunderbar übernehmen entsprechend im Safari auf iPhone und auf iPad. Das finde ich wunderbar gelöst. Und es kommt zu FaceTime, das heißt, so wie Sie es von Teams erkennen, dass Sie sagen, soll Sie übernehmen ein Gespräch auf ein anderes Gerät. Dann kommt ein tolles Feature, Continuity Camera. Sie können das iPhone als Webcam nutzen. Das erkennt er auch automatisch. Da wird es dann solche schönen magnetischen Halterungen geben. Ist drahtlos, wird automatisch erkannt, halt Apple-like. Und es gibt zwei Funktionalitäten, die ich ganz schnuckelig finde. Zum einen haben Sie eine Studio-Licht-Simulation. Das heißt, gerade wenn Sie auch Gegenlicht haben, dann ist es so, dass er eben Sie besser erkennen lässt. Und was ich auch cool finde, ist, Sie haben Deskview. Und zwar, wenn Sie oben auf Ihrem Bildschirm die Kamera haben, dann ist der Weitwinkel so groß, dass Sie praktisch sich und zeitgleich nochmal Ihre Tastatur sehen, wo Sie sind. Da können Sie also was auf den Schreibtisch legen. Also haben damit nochmal eine zweite Kameraperspektive, wenn Sie was zeigen wollen. Finde ich super cool. Also das ist eine Apple-like geniale Idee. Ja, dann iPadOS 16. Ich habe ja schon das Wichtigste vorhin erzählt, nämlich, dass Sie, wenn Sie ein M1-basiertes iPad haben, die externe Bildschirmsteuerung geben wird. Das ist doch das revolutionärste. Sonst, die anderen Dinge haben mich jetzt nicht so, ehrlich gesagt, vom Hocker gerissen. Die Wetter-App kommt auch aufs iPad, inklusive mit einer API. Die Zusammenarbeit wird besser. Also es wird eben die Möglichkeit geben, dass man in Message wunderbar gemeinsam an Pages, Dokumenten und so weiter arbeiten kann. Dass man in Messages und in FaceTime arbeiten kann. Dass man auch Safari-Tabs in FaceTime-Calls machen kann. Und auch für Nodes, Keynote oder für Dritt-Apps gibt es diese APIs. Haken an der ganzen Sache, das wird nur mit iCloud gehen und somit für den privaten Bereich interessant. Für den Business-Bereich sehe ich da eher Microsoft 365 als die Lösung für Kollaboration. Also das ist wirklich dann nur für den privaten Bereich oder Companies, die so komplett eben auf Apple setzen. Ja, dann gibt es später zum Jahr mit Freeform-App eine Whiteboard-App von Apple, wo sie ein geteiltes, unendlich großes Whiteboard haben, wo sie externe Elemente integrieren können, inklusive Vorschau. Kommt auch auf iPhone und Mac. Also eine sehr schnuckelige Lösung, für die man heute auch Drittlösung braucht. Ja, dann Battle kommt eben aufs iPad. Im Game Center sehen Sie jetzt mehr noch Aktivitäten von Freunden und können mit Shareplay andere Spieler dazuholen. Ja, dann wird es wohl viele Detailänderungen geben, also ein paar, die ich mir hier mal exemplarisch notiert habe, ist sowas, dass Sie suchen und ersetzen in Apps sehr viel einfacher haben, dass Sie individualisierbare Menüs haben, dass Sie im Dateimanagement eine ganze Menge von Detailoptimierungen haben werden, wie dass Sie zum Beispiel die Extensions von Dateien ändern können. Sie haben Reference Mode für Farbkalibrierung, für Grafiker eben interessant. Und dann eben wird es, wie am Anfang besprochen, wird es die reinen M1-Funktionen geben, da werden Sie eben höhere Displayauflösungen einstellen können. Sie können eben bis zu 16 GB Speicher für Apps auch nutzen. Bisher haben Sie den Speicher zwar schon in den Geräten gehabt, aber konnte nicht genutzt werden. Das wird mit iOS 16 dann da sein und damit wird es noch leistungsfähigere Apps eben gehen. Bisher war ja so das Thema, dass die Hardware einfach deutlich leistungsfähiger gewesen ist als die Software. Und ich muss sagen, wenn Sie jetzt ein M1-iPad haben und Sie haben ein extra Display, dann braucht man ehrlich gesagt für vieles gar keinen PC mehr oder gar keinen Mac mehr, weil Sie haben das große Display. Sie können auch, wenn Sie eine große Tastatur haben, wunderbar damit arbeiten. Mit einer Maus kann man dabei arbeiten, also für viele Bereiche. Jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, brauche ich da noch einen PC? Eigentlich nicht. Ja, der Stage Manager, wie gesagt, mit überlappenden Fenster, bis zu vier Fenster pro Display. Wenn Sie zwei haben, haben Sie bis zu acht Apps, die Sie haben. Sie können auch Drag und Drag-Dog über Displays hinweg machen, also sehr, sehr schön. Für die Spielkinder unter Ihnen, Betas sind für Developer sofort verfügbar. Ab Juli wird es auch eine Public Beta geben. Ein Wort der Warnung, wie immer Sie wissen, Betas gehören für mich nicht auf produktive Geräte, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, iOS 16, wenn es kommt, ich würde es auch nicht in der Nuller-Version installieren, sondern erst mal auf die 16.001 irgendwo warten mit den ersten Fehlerkorrekturen. Und bei den Mac-Updates, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total gebranntes Kind. Also wenn Sie Hardcore-User sind, bei mir kommen die Mac-Updates so spät wie möglich drauf. Also auf dem Mac-Book Pro, was ich als Hauptgerät nutze, da wurde es halt mit Monterey ausgeliefert. Also von der Seite konnte ich es nicht anders. Auf meinem Intel-Mac-Book Pro habe ich eben immer noch die, noch nicht mal Big Sur, sondern Catalina drauf. Und auf meinem 13-Zoll-Mac-Book habe ich Big Sur drauf. Also es, natürlich gibt es schicke neue Funktionen, aber ganz ehrlich, muss man immer gucken, okay, inwiefern braucht man die unbedingt oder ist dann Stabilität vor Kreativität. Das sind schließlich Business-Geräte. In dem Zuge auch der Hinweis, den Sie von mir schon kennen, Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, in Ihrem Mobile-Device-Management-System das auch so einzurichten, dass Updates bis zu 90 Tage verzögert angezeigt werden. Das sollten Sie auf alle Fälle tun. Noch haben Sie genügend Zeit, das wird wie immer erst im September rauskommen. Dann gehe ich auch davon aus, dass es ein neues iPad Pro geben wird, beziehungsweise ein großes neues iPad Pro und ein kleines iPad Pro ein neues. Ich würde hier jetzt auch, nachdem diese tolle Funktion mit dem externen Display erst mit iOS 16 geht, gibt es jetzt noch keinen Grund, sich unbedingt ein M1-iPad zu holen. Ich würde da warten und wenn im September die neuen M1 12,9 Zoll iPad Pros vorgestellt werden, dann werde ich auch zuschlagen. Ich glaube, das ist dann sicherlich ein sinnvoller Zeitpunkt. Ja, in diesem Sinne war das mal eine etwas längere Episode. Sie können das Ganze natürlich auch wie immer nachlesen in den Shownotes, die Sie in den Links dazu haben. Und wenn Sie Fragen haben, Sie kennen meine E-Mail-Adresse t.jeckel at jeckelteam.de und wenn Sie Unterstützung bei der produktiven Einführung von iPads in Ihrem Unternehmen haben, freue ich mich, wenn Sie mich kontakten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thorsten Jeckel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Ich bin Thorsten Jeckel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Ich bin Thorsten Jeckel